Wir begrüßen Sie bei EKH Deutschland. Seit 1951 bietet EKH alles zum Thema Berufs-, Vereins-, Outdoor-Bekleidung sowie Textilveredelung mittels Druck- und Sticktechniken in Industriequalität. Unser Service Alles aus einer Hand unterscheidet uns von vielen Mitbewerbern. Von der Idee bis zur Umsetzung nur einen Ansprechpartner bietet unseren Kunden individuelle sowie höchste Qualität, kurze Lieferzeiten und faire Preise. Besuchen Sie uns vor Ort in Sögel Gewerbeweg 3 oder im Internet. Wir freuen uns auf Sie.